Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast 230er. Hier sind Melissa Dobricch und Florian Heinrich Dobricch. Es ist die Folge 259, Melissa. 16 Jahre, als ich 16 Jahre alt war, weiß ich, dass ich mich schon richtig erwachsen gefühlt habe. Ich war aber nicht früh reif, aber ich war auf jeden Fall schon am Start. Also ja, mit 16 hatte ich auch mein erstes Mal. Krass, das droppst du hier einfach so? Ja, aber ja. Man denkt so, man weiß alles, ne? Ich hab gedacht, ich weiß alles. Und nee, also wenn ich drüber nachdenke, dass ich da schon Sex hatte, also das ist nicht in Ordnung. Und es ist ja spät. Und das ist ja nicht mal früh, ich wollte gerade sagen, was man heute so mitbekommt. Nee, da bin ich froh, dass wir ihn gesungen haben. Also eigentlich auch voll blöd, dass man ist ja auch egal. Ja, also wenn ich mir vorstelle, dass unser Kind irgendwann Sex hat. Ja, das ist richtig. Nee. Unabhängig vom Sex-Thema, Melissa, hier in der ersten Minute. Wir wissen noch nicht, wie der Merch-Verkauf lief. Okay. Aber wir hoffen. Nee, weiß schon, dass das super war. Und das ist, dass die Leute sich ärgern, weil dann gewisse Sachen relativ schnell ausverkauft waren. Nein, das glaube ich nicht. Nein, nein, nein. Wir haben wirklich teilweise sehr hohe, wie sagt man, Bestände. Ja. Und es gibt immer was, wo wir nichts begrenzen mussten. Okay, ihr seid schon in der Zukunft, wir sind in der Vergangenheit. Okay, das hatte ich anders ein bisschen interpretiert. Ich dachte, eins, zwei Sachen sind richtig. Diese Woche ist der Shop noch offen. Okay. www.230er.de Und es wird ja auch wahrscheinlich nochmal, es wird ja nochmal Drops geben. Ja, es wird nochmal Drops geben. Oh mein Gott, Melli, weißt du, was diese Woche auch ist? Warte, was ist? Warte, warte, warte. Ähm, diese Woche ist… Wenn ihr in Berlin seid, hängen wir aktuell aus. Oh mein Gott, Leute, besucht uns an der Torstraße, Ecke Mollstraße, beziehungsweise, äh, sorry, Torstraße, Ecke Prenzlauer Allee. Genau, die heißt dann… Die alte Stelle ist Prenzlauer Allee Mollstraße. Stimmt. Da, für alle, die das vielleicht kennen, das Soho-Haus ist an der Ecke und direkt da gegenüber sind Plakatwände, also diese klassischen Out-of-Home-Plakatwände. Und Leute, wir haben einfach dort die Möglichkeit bekommen, zwei Wochen lang unser Plakat auszuhängen. Danke an eine ganz, ganz, ganz tolle Trainerin, die ich habe. Da bin ich immer samstags zum Sport gegangen und dann hat die mich angesprochen und gefragt, ob wir da Lust zu hätten. Und wir so, na klar. Und dann einfach auch dank David die geilsten Plakate haben. Ich bin so stolz auf dieses Plakat oder auf diese beiden Plakate. Sorry, ich finde, das sind Wahnsinnsplakate. Das sind Wahnsinnsplakate, oder? Checkt das gerne mal aus, wenn ihr in Berlin seid. So, ich zoome nochmal ran. An der Torstraße, Ecke genau, Karl Liebknechtstraße. Ja, aber jetzt hast du noch eine Straße hinzugefügt, das ist ja… Nein, nein, ist ja egal. Da hängt ja unser Podcast-Plakat. Ja. Und unser Flaus und Melz-Kaffee-Plakat hängt in der Karl Liebknecht, um die Ecke. Genau, in der Karl Liebknecht. Also, wenn ihr an der Ampel steht. Ja. Und Richtung… Ihr wisst das, wir haben das bis dahin auch schon gefilmt. Ja, aber ne, so… Und dann könnt ihr links, und das finde ich nämlich super geil, könnt ihr links dann so, wenn ihr an der Ampel steht, draufzoomen. Und bei dem anderen Plakat von unserem Podcast könnt ihr euch sogar vorne hinstellen. Aber ich kann es ja schon mal droppen. Wir haben gar nicht die QR-Codes gecheckt, fällt mir gerade auf. Ob die gehen? Ja. Oh, das müssen wir unbedingt machen. Ja, es ist schon in Druck, glaube ich, oder gedruckt. Aber welche hätte er denn so… Sind das Dummies? Nein, das macht ja keinen Sinn. Aber wir müssen es mal checken. Wollen wir schnell checken? Ja, check's mal bitte kurz. Bis gleich. Bis gleich. Warte, oh, wir sind noch in Ausnahme. Bis gleich. Und wir sind wieder zurück. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, danke an David Meiering. Das stimmt alles. Er hat's auf dem Zettel gehabt. Ach, das war schön. Ach, das wäre scheiße gewesen. Ja, oh nee. Und es ist, wie mit allen Thematiken. Immer, wenn man dann doch nochmal drüber redet oder sich Gedanken macht, fallen einem Dinge ein, die einem nicht einfallen, wenn man nicht drüber redet. Ja, ja. Man muss es aussprechen. Man muss kurz drüber reden. Es bringt nichts, das in seinem Kopf alleine kurz durchzugehen, sondern man muss drüber reden. Sonst passieren dann die dümmsten Fehler im Endeffekt. Hättest du gedacht, als wir in Paris die erste Folge 2019 aufgenommen haben, wo du richtig genervt warst, hättest du, ich glaube, du warst die ersten 40 Folgen genervt, hättest du gedacht, dass wir mal so aushängen mit dem Podcast? Nein. Schau mal so. Ich habe gestern auch, wo war ich denn? Irgendwo war ich und da habe so gedacht, krass, wir können so stolz auf uns sein. Ja, allein jetzt mit der Tour auch. Ja, also wo, ich weiß noch genau, wenn wir mal essen gegangen sind, damals bei unserem Lieblingsitaliener, Il Bucco, in Hamburg, ich weiß nicht, die Leute, die da saßen, es ist schon same, same, aber wenn es um den beruflichen Aspekt geht, bin ich so stolz, wo wir jetzt einfach stehen für uns. Warum, was ist mit dem Italiener? Weiß ich nicht, weil ich gefühlt, da haben wir ganz oft über Job und unsere Sorgen, sage ich mal, gesprochen, also auch wenn ich natürlich dank der letzten Podcast-Folge, wo du es mir so, wo du mir das tollste Kompliment ever gegeben hast, mir keine Sorgen mache für die nächsten zehn Jahre, weiß ich aber trotzdem, dass so der Stand damals, wo wir immer bei dem Italiener waren, so unsicher war. Ja, ich erinnere ganz viele Gespräche, auch mit meinem Studium, was du mir, wie du mir da zur Seite gestanden hast, was du mir geraten hast. Habe ich dir was geraten? Ja, du warst voll supportive auf jeden Fall, ich hätte alles machen können. Ja klar, man kann, du hättest alles machen können. Und dann ist mir irgendwann der Podcast eingefallen. Ja, das ist voll, voll schön einfach. Richtig, richtig cool. Also, wir hängen da für zwei Wochen, das heißt, auch wenn ihr eventuell in den letzten beiden Augustwochen irgendwie mal nach Berlin schaut, das ist direkt Mitte, Übergang zu Prenzlauberg, also wirklich mega zentral und wir freuen uns. Ja, direkt am Alexanderplatz, also wenn ihr am Alexanderplatz seid, dann könnt ihr da wirklich mal kurz vorbeischauen, also wir würden uns super freuen. Verlinkt uns, verteckt uns gerne. Weißt du, was ich ja sagen wollte oder soll ich es nicht sagen? Du weißt, was meine Sorge war mit dem einen Plakat. Ja, natürlich kannst du es sagen, weil die Leute werden das nicht machen. Ja, okay, niemand wird das machen, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich vielleicht einen Penis im Gesicht haben werde. Und, weißt du, Melissa hatte, als es darum ging, ob wir, weil auf dem Plakat mit dem Podcast sind logischerweise unsere Gesichter gesehen und da hängt gerade zum Beispiel auch ein Plakat, wo ein Gesicht zu sehen ist und da wird nichts gemacht, Melissa hatte die Sorge, dass da so rübergekritzt wird. Ja, so Bitch oder so, ja, weil, kann man jetzt mal auch sagen, die Anspielung, die wir da auf dem Plakat haben, das kann ich jetzt schon sagen, oder? Ja. War ja Bock fremd zu gehen, der geilste Eyecatcher überhaupt, nämlich mit unserem Podcast fremd zu gehen, natürlich, habe ich jetzt natürlich schon so ein bisschen das Gefühl, man provoziert es aber auch so ein bisschen. Aber weißt du was, vielleicht ist es ja auch so, dass du einen Pimmel im Gesicht hast. Ja, vielleicht male ich den auch drauf. Nee, ach Flo. Pro-Dicks. Nee, nicht pro-Dicks. Was, warum nicht? Klar, bist du etwa gegen Dicks? Nein. Ja, also da muss man aufpassen. Aber so, wenn man Dick auf dem Plakat was aushängt, worauf ich super stolz bin, brauche ich nicht auf dem Gesicht. Nein, natürlich nicht, aber generell pro-Dick. Für mich ja. Ja, nee, generell auch. Einfach generell, ja. Einfach generell. Was uns beschäftigt hat die letzten Tage, ist ja unglaublich, Leute, ihr Klein-Nachsalzer. Nee, finde ich krass. Finde ich krass. Finde ich krass. Finde ich krass. 45 Prozent. Ich ärgere mich ein bisschen bei der Umfrage letzte Woche. Ich hätte es nochmal gern restaurantspezifisch gehabt. Ich fände es super, wie du es gemacht hast, weil die Leute wissen genau, das ist denen dann scheißegal. Wir haben ja gesagt, es geht nicht ums Essen, es geht nicht um die, 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 was, was erwirbt wird, es geht nicht um den Ort, es geht um die Person. Man ist entweder eine Person, die es macht oder nicht. Aber dann sind sehr viele süchtig dann, ne? Ich hatte ja mal eine salzfreie Phase. Oh mein Gott, Leute, wisst ihr, die ersten Male, die Melissa für mich gekocht hat. Leute, also, ich bin jetzt verwöhnt von zu Hause aus, ne? Was, was... Ja, okay, Flo, aber ich koche auch gut. Flo. Pelli. Flo. Es ist gar nicht schlimm. Aber... Aber... Das wird viel zu inflationär benutzt, dass die Leute gut kochen können. Ich koche vielleicht nicht aus dem Hüftgelenk, aber ich habe ein Gefühl, Tissi... Melissa. Tissi. Nein, ich sag nicht, dass es schlecht ist. Wenn ich mich ranstelle, dann mach ich das gut, Tissi. Wenn ich das... Es gibt Leute, die haben einfach ein Händchen in der Küche. Ich würde sagen, ich habe vielleicht keine Erfahrung, aber ich finde, ich habe ein Gefühl. Weißt du? Ich muss wirklich... Ey, wenn ich uns mit anderen Leuten vergleiche, die jeden Tag in der Küche sind... Aber weißt du, wenn ich mich was... Wenn ich was mache, ich mag... Ich würde dir eine 6 von 10 geben und mir eine 7 von 10. Ja, okay. Es ist wirklich noch Luft nach oben. Wir sind beide nicht... Und das meine ich damit. Du kochst um Gott, es bin nicht schlecht. Was ich eigentlich sagen wollte, die erste Mal, als Melissa für mich gekocht hat... Leute, es war... Und wie gesagt, ich bin kein Nachsalzer. Du hast einfach... Ich habe kein Salz benutzt. Ohne Salz gekocht. Ganz wenig. Aber das kommt halt... Auch bei so Nudeln hast du, glaube ich, ins Wasser. Ich habe durch meine, wie gesagt, salzfreie Phase... Aber ich glaube, meine Mutter ist relativ... Die kocht auch mit relativ wenig Salz. Weil, muss man einfach sagen, es auch nicht so gut ist. Es ist nicht so gut, so viel Salz zu verwenden. Die Menschen essen viel zu viel Salz. Das ist viel zu viel Salz. Fiehst du? Na klar ist das viel zu viel Salz. Ich mag das ja. Nein. Ich mag das... Also ich finde, das ist zu viel Salz. Aber durch meine salzfreie Phase habe ich natürlich komplett das Gefühl verloren, wie viel eigentlich in Salz... Also wie viel gesalzen wird. Ja, also ich war wie gesagt geschockt, dass du damals komplett ohne Salz gekocht hast. Ja. Und das ist natürlich bei mir hängen geblieben. Aus der ersten Phase unserer Beziehung. Aber guck mal so... Flo. Eine Nase hier gerade so. Nee, Leute. Und Melissa gibt mir die ganze Zeit Zeichen, dass ich nicht... Nee, also wirklich 50 Mal an die Nase... Komm, juck, kratz dich einmal bitte. Richtig an der Nase. Ja, jetzt. Aber zum Beispiel zum Thema... Das wird ja alles auffliegen, wenn wir irgendwann einen Podcast mit dem Video machen. Nee, das geht gar nicht. Wie viele Zeichen du mir gibst und wie viele Zeichen ich dir gebe. Ja. Das ist schon... Die Folge war voll von Zeichen und Blicken. Ja. Flo. Jetzt fertig. Aber zum Beispiel... Frage jetzt nochmal, wenn du sagst, ich bin nicht so eine gute Kirche. Nein, Tissi. Sechs von zehn. Hör zu. Was ist aber mit so kalten Gerichten? Erinnern? Ich mache, wenn ich den Porridge mache, schon Wahnsinn. Tissi, das ist ein Haferbrei. Ey, weißt du noch meine warmen Haferbrei? Oder die im Ofen? Ich dachte, es geht um kalte Gerichte. Aber für mich ist jetzt ein warmen Haferbrei auch ein kaltes Gericht. Mein Brotsalat war auch toll beim Grillen. Ja, du hast neulich Brotsalat gemacht. Im Thermomix. Der war mega. Ja, ist sehr gut angekommen. Sorry, mein letztes, meine letzten, also wenn ich HelloFresh koche, ist es auf dem Punkt. Sorry, das muss ich dir sagen. Ja, das stimmt. Das ist perfekt gemacht. Melissa, ich hab ne FDH für dich und die bin ich hier grad schon die ganze Zeit am anschielen, denn du hast ein paar gute rausgesucht. Ihr Lieben, wie könnt ihr euch motivieren, mit etwas anzufangen, wofür ihr absolut keine Lust habt? Seit Wochen wollte ich einen Raum umgestalten und daraufhin habe ich alles gekauft, was ich dafür brauche. Das ist ein bisschen so dieses, ich will Sport machen und kaufe mir erstmal die Sportausrüstung, bevor ich… Ich starte einen Podcast und kaufe mir das Equipment. Genau, das beste Mikro, aber hab noch keine Folge gemacht. Ich habe sogar schon alles in den Raum gestellt, ist eine gute Frage, aber ich sitze jetzt auf dem Boden, obwohl ich noch nicht mal was machen sollte, wozu ich vor einem Tag richtig Lust hatte. Also mein Ding wäre, ich warte dann auf den Tag, wo ich Lust drauf habe. Ja, bei mir kommt der nicht. Und wie machst du es dann? Du hast dann mich, die dich dann ein bisschen dazu drängt, oder zum Beispiel das Aussortieren, ne? Ja, ich glaube schon, dass in einer Partnerschaft tatsächlich du mich dann motivierst für so Dinge, worauf ich keinen Bock habe. Bei dir ist das so witzig, du hast oft so, das ist auch traumatized, Heinrich. Du bist so ein Routinenmensch, dass es voll für dich, du probierst Sachen nicht aus. Und ich glaube, das färbt sich dann auch ab bei so Sachen wie, okay, man misst zum Beispiel mal aus, Schubladen oder sowas. Das passt ja nicht in eine Tagesroutine. Du würdest niemals einfach so, also es würde im Leben nicht passieren, dass ich nach Hause komme oder dass, ja, dass ich nach Hause komme. Flo, provoziere es bitte nicht, okay? Alles gut. Und ja, du bist dann halt irgendwie was am Machen, also zum Beispiel kochen, wäre es ja dann auch schon krass. Also es ist voll die Überraschung. Ist bei mir nicht anders, ist bei mir nicht anders. Aber es würde ja nie passieren, dass du jetzt sagst, hey, du, ich habe jetzt, ich habe die Schublade mal eben ausgemistet. Nein, es würde nicht, also ich bräuchte einen, und das ist gerade aktuell bei uns nicht möglich, ich bräuchte, und so steht es auch in meinem Kalender, um auf letzte Folge zurückzukommen, ich habe alles in meinem Kalender stehen. Ich bräuchte einen richtig freien Tag, was mit Baby und Selbstständigkeit schon aktuell schwierig ist, dass ich mich jetzt wirklich hinsetze und sage, ich nehme mir jetzt Raum für Raum vor, was auszusortieren. Jetzt mit den Klamotten habe ich es die letzten Monate eigentlich gut hinbekommen, aktuell bin ich jetzt wieder ein bisschen hinterher. Was ist dein Gefühl, wenn du das im Kalender siehst? Och, ich würde lieber, ich würde immer lieber was anderes machen. Und das ist ja genauso wie bei dieser Person, dass sie sagt, ich habe alles schon gekauft, es steht im Raum, aber ich habe keine Lust anzufangen. Also für mich ist das immer so ein bisschen, ich setze mir nicht zu große Ziele. Also zum Beispiel bei dir habe ich das Gefühl, wenn du anfängst, also du verdattelst dich dann ein bisschen an einer, zum Beispiel du machst eine Schublade auf und dann ist in der Schublade ein Schachtel und in der Schachtel sind nochmal zehn Schachtel. Und du schaffst es, ungelogen drei Stunden dich mit dieser Schachtel in der Schachtel und in der Schachtel und mit einer Büroklammer zu beschäftigen. Ja, das stimmt. Als jetzt zum Beispiel erstmal so vom Groben zum Detaillierten, also erstmal grob auszumisten und dann vielleicht detaillierter zu werden, aber das muss nicht direkt passieren, sondern erstmal so vielleicht das ganz Visuelle, das, also kleine Schublade ist dann für die Außenstehenden nicht visuell, aber vom Gröbsten ins Kleinste zu gehen, weil wenn man direkt ins Kleinste geht, ist das super frustrierend. Und ich glaube, ich mache Sachen, ich habe letztens zum Beispiel die Küche ausgemistet und habe gesagt, okay, dieser eine Schrank nervt mich schon die ganze Zeit. Ich bleibe jetzt nur bei diesen drei Abteilungen in dem einen Schrank und mehr nicht. Und das, klar, dauert dann doch 40, 50 Minuten, aber trotzdem, dann denke ich mir so, es geht nicht darum, dass ich jetzt die ganze Küche ausmiste und da sind auch zehn Schubladen, die im Prinzip Bedarf haben, nochmal ausgemistet zu werden. Und zum Beispiel, ich glaube auch von der Herangehensweise, was du dann siehst, ist dann eher so, aber es sind ja noch zehn andere Schubladen da. Und, das ist ganz witzig, es passt nämlich auch zur letzter Folge, das ist wieder so geil bei dir, dass du auch so witzige Prioritäten hast. Also für dich ist dann an einem Dienstagmorgen, wo wir tausend Dinge machen könnten, würdest du dann aber, es hat für dich den Küchenschrank auszumisten, die gleiche Priorität. Hundertprozentig. Wie im Shopify die Bestandsmengen einzufügen. Genau, weil ich mir so denke, okay, es ist immer irgendetwas und Shopify nervt mich dann vielleicht an dem Tag nochmal und dann setze ich mich ran, dann ist gut. Aber das Küchending, es nervt mich in meiner Arbeitszeit, weil ich zum Beispiel, wenn ich rangehe, das sehe, in meiner privaten Zeit, es nervt mich nach der Arbeit, vor der Arbeit, es nervt mich eigentlich den ganzen Tag. Deswegen bin ich befriedigter, jedes Mal, wenn ich diesen Schrank aufmache, denke ich mir so, geil, habe ich jetzt erstmal Sachen aussortiert oder meinen Slowjuicer verkauft bei Ebay Kleinanzeigen, das macht mich glücklich, dass ich den gestern dann noch hingebracht habe, das finde ich so toll. Hast du den wohl hingebracht? Ich habe den verkauft. Ja, und ist die Person gekommen? Ich habe es verschickt. Wow. Ja. Sag mal, hättest du jetzt aber einen konkreten Tipp für die Hörer? Nicht zu groß denken, ich denke nur so, immer das, was ich schaffe, schaffe ich. Genau, das kann man ja hier konkret auch drauf beziehen. Ey, du willst gleich einen ganzen Raum umgestalten. Nein, erstmal guckst du dir an, okay, was will ich umgestalten, wo fängt man an? Vielleicht mache ich erstmal eine Wand, die Farbe. Oder einmal, ja? Ja, oder sortiere erstmal, genau, sortiere erstmal was aus, gucke mir erstmal an, was passt, was für ein Möbelstück. Genau, dass man einfach von der Masse der Sachen das immer weiter runter reduziert und dass man vom Gröbsten ins Detaillierteste geht. Und das Detaillierte kann ja auch voll dauern. Also so, man macht es wirklich Stück für Stück. Und das ist zum Beispiel meine Motivation, die ich dann habe. Und natürlich macht mich sowas super glücklich. Ich weiß halt nicht, macht dich sowas glücklich, wenn du die Schublade aufmachst und dann ist es weniger da? Eigentlich schon. Aber mir ist ja, ich habe ja eine Gabe, das ist auch witzig, deswegen gut, dass wir da uns ergänzen. Ich habe ja die Gabe, ist die Schublade zu? Ist das für mich unsichtbar? Ich weiß. Und für mich ist das Visuelle, was im Raum steht, viel entscheidender als das, was in der Schublade ist. Trotzdem muss ich auch sagen, wenn ich jetzt unser Regal hier vor uns angucke, ist es für mich schon viel schöner, wie du das jetzt neulich aufgeräumt hast. Ich bin auch, wenn ich weiß, dass die Steuerunterlagen sortiert sind, das ist für mich, wenn ich das aufmache, ich kriege die Krise, wo ich mir so denke, das muss doch abgeheftet werden, dafür ist das doch da. Das ist einfach so ein bisschen, auch dass ich mir so denke, wenn es um diese ganze Ordnung geht, eine Sache, die unter eine Minute dauert, macht so viel aus am Ende des Jahres, dass ich mich nicht zwei Tage hinsetzen muss und das alles nochmal neu ordnet. Es ist eine Minute an einem Tag versus zwei bis eine Woche, die ich mich ansetzen müsste, einmal im Jahr und die mir Kopfschmerzen bereiten, so ein bisschen. Aber genau, also ich finde es immer schön, klein zu denken, ein kleines Projekt zu machen und sich da nicht zu viel aufzutun. Ein ganzes Zimmer umzugestalten ist einschüchternd und ehrlich gesagt hat man da schon keinen Bock mehr drauf, aber wenn du gestern Bock hattest, dann bist du eigentlich ein Typ, der in einer Woche vielleicht doch darauf Bock hat oder in einem Monat. Und ich würde mich deswegen nicht fertig machen. So ist egal. Bei uns stehen ja auch manchmal Kartons und ich habe zum Beispiel unterm Bett auch zwei, drei Sachen, die ich aussortiert habe, jetzt von dem Baby oder so, die sind in meiner Langzeit-To-Do-Liste. Das sind so Langzeit-To-Do's, wo ich sage, ich möchte gerne das jetzt bei Kleinanzeigen reinstellen oder ich hätte auch voll lange eine Lampe hier. Die ist dann einfach da, ich mache mich deswegen nicht fertig, dass die dann da verstaut ist und die Lampe im Prinzip einfach Lampe sein lassen und irgendwann kommt dann der Punkt, wo ich sage, jetzt kann ich ein Foto machen und es bei Kleinanzeigen hochladen zum Beispiel. Nee, ist sehr gut. Ich kann mir da wirklich viel, viel abgucken. Melissa, wir haben so, ich muss die ganze Zeit schmunzeln. Ja, weil ich habe dich gesehen, du bist ein bisschen abgelenkt. Warum? Weil wir sehr, sehr gute Dardas haben. Ja. Bevor ich zu denen Dardas komme, komme ich zu einem Partner der heutigen Episode. Und zwar ist das die Allianz. Melissa, ihr Lieben da draußen, sehnt ihr euch auch nach dem Gefühl, immer gut zu fahren? Mhm. Auch wenn mal etwas schief geht, dann ist die Allianz KZ-Versicherung genau das Richtige für euch und natürlich auch eure Liebsten erlebt. Top-Service zum Top-Preis und ist alles schon ab 89 Euro im Jahr. Verlasst euch auf Top-Service im Schadensfall. Die Schadensmeldung ist unkompliziert online möglich und der Großteil der Schäden wird innerhalb von 72 Stunden ausgezahlt. Das Gefühl, immer gut zu fahren, klingt gut. Dann informiert euch jetzt unter allianz.de slash kfz und lasst euch persönlich in eurer Nähe beraten. Die Allianz KZ-Versicherung, da für dein Leben. Achtmal in Folge von Focus Money als fairster Schadenregulierer ausgezeichnet. Also, vielen, vielen Dank an die Allianz. Und Werbung Ende. Wir sind wieder zurück. Melissa, die Dinge aus dem Alltag. Zwischen Sachen, die einem eigentlich egal sein könnten in der Zukunft, diese Erde. Frage an Flo, wie würdest du es auf Englisch aussprechen? Also, things from daily. Things from my daily? Yes. Warte, Dinge aus dem Alltag. Things, things you get to, things that you see daily. Some matter, some don't. Hatte jetzt wieder eine tolle Situation, wo ich meinen analogen Film abgegeben habe und ein amerikanischer Fotograf vor mir stand und gesagt habe, Wow, what a great bag. Und ich hatte natürlich die Dada-Bag. Wow, ja, echt? Ist so, really? Yes, so, really. Und ich sage, ja, it's from my podcast. Wow, you have a podcast. What is it about? Ja, da muss man sich dann mal... Und dann wollte ich Dinge aus dem Alltag. Zwischen Sachen, die einem eigentlich egal sein könnten und in der Zukunft diese Erde übersetzen. Und natürlich kläglich. Ja, was hast du gemacht? So, yeah, it's like things from daily life between something that matters and something that really does not matter. It's with my husband. Aber neulich, was haben wir denn... Ach, wir gucken ja immer so wie so ein... Ja, wie so Live-Verkäufer. Wir gucken ja so Schuhverkäufer, die so einfach Schuhe stundenlang auf YouTube live verkaufen haben. Das ist sehr witzig übrigens. Da sieht man so die Interaktion zwischen Amerikanern. Und da hat Melli gestern auch gesagt, überlege ich mal, dass die Konversation, also einfach der kulturelle Unterschied. Einfach die Konversation, die diese Menschen, ich preche es jetzt mal drüber, im amerikanischen Miteinander reden, das ist unglaublich. Also das wäre im Deutschen so komisch. Man kann das nicht übersetzen. Nein. Es ist ganz witzig. Es ist so überspitzt. Also in Deutschland würde man wirklich denken, du hast ja in einer Waffe. Genau. Also wie war die Konversation? Du bist jetzt mal der Schufa-Käufer und ich bin der Kunde. Hey, wir verlieren nur. Nein, lass mal versuchen. Okay. Hey, kannst du mir sagen, ob die echt sind? Ja, bro, auf jeden Fall sind die echt. Ich hab die in Tennessee gekauft. Ja, guck die Lasche, die ist komplett, die ist ganz anders. Ja, weißt du wer, ich hab das in Tennessee nämlich gekauft. Ja, nee, ich weiß, du wolltest es nur von mir hören, oder? Genau, also ich wollte es nur von dir hören, ob die echt sind, weil... Ja, nein, die sind echt, keine Sorge. In Tennessee, dieser Store, ich weiß nicht, ob der richtig wird. Ich weiß, mach dir keine Sorge, Bro, die sind echt. Ey, congratulations, geile Schuhe. Ey, aber ich wollte nur fragen, ich wollte nur von dir hören. Nee, nee, ich weiß, aber die sind wirklich echt. Great, okay. Okay. So ungefähr, ich fand das schon ziemlich gut nachgemacht. Ja, das war gut. Ja. Nein, das ist unglaublich. Das war Wahnsinn. Also die... Ey, das hab ich jetzt auch einem Freund geschrieben. Es gibt ja jetzt so Möglichkeiten, haben wir nämlich auch bei YouTube gesehen, wir sind ja große YouTube-Fans, dass ein YouTube-Video mit AI mit der gleichen Stimmfarbe so übersetzt wurde, dass sich der Typ, der Deutsch ist, so angehört hat, als würde er Englisch reden. Ich hab das mit Kylie Jenner ganz oft gesehen. Jetzt ja für unseren Podcast hier. Ja. Das ist natürlich eine Möglichkeit, dass wir den amerikanischen Markt nochmal erobern. Ja, und dann weltweit bekannt. Nee, aber das haben wir besprochen. Das haben wir besprochen. Ich fand's tatsächlich ganz geil. Überleg mal, wir starten jetzt nochmal mit Folge 1 in Amerika. Die Frage ist halt... Welcome to America. Würden die uns dann nachmachen, würde dann jemand in anderer Podcast sagen, oder würde meine Freundin sagen, oh mein Gott, das ist so weird, wie wir sprechen. Ach so. Nein, ich glaub, die AI bekommt das dann hin. Nein. Das ist so ein bisschen... Also das, was ich von Kylie Jenner zum Beispiel gesehen habe, war sehr befremdlich. Was hast du denn von Kylie Jenner gesehen? Wie die Deutsch redet? Ja. Ach so. Und das hat sich nicht fluent angehört, aber es hatte schon das übersetzt, was sie gesagt hat. Okay. Man bräuchte fast jemanden oder eine AI, die ist so erstmal den Sinn ins Amerikanische und damit unsere Stimmfarbe. Ja, ich weiß. Aber überleg mal. Ja, aber im Endeffekt, wenn es darum gehen soll, dass es halt übersetzt ist und dass jemand, der nicht Deutsch redet, das hören kann, ist es natürlich Wahnsinn. Finde ich auch. Wir sind trotzdem nicht zu unseren Dadas gekommen. Melissa, du hast eine Beobachtung im Freibad gemacht. Ich war im Kinderbad. Und da muss ich sagen, dass wir auch das, wie mit dem Salzen noch nie besprochen haben. Das ist unglaublich, weil jetzt auch gerade zur Strand- und Urlaubssaison passt es eigentlich so gut. Um da schon mal was vorwegzunehmen, worauf du jetzt gleich zu sprechen kommen wirst. Ich habe neulich mit meinem, als ich mit meinem besten Freund auf Mallorca war, dann am Strand. Nein, nee, du, erst musst du es nicht sehen. Nee, Frage an dich. Okay, du gehst ins Freibad. Warst du eigentlich oft im Freibad? Ja, ne, du warst ab und zu im Freibad. Ab und zu, nicht oft. Okay, aber die Male, wo du warst, hast du dir darüber Gedanken gemacht, wo du dich hinlegst oder bist du einfach… Ja, genau. Und da kommst du direkt zum Punkt. Ich frage dich, wo liegst du im Freibad auf der Wiese? Ja, ich habe, wir waren in Hamburg, ich war immer, wir waren, wir haben ja da den Stadt, ich habe in der Nähe vom Stadtpark gewohnt und der Stadtpark hat auch so ein Stadtparkbad. Angeblich ist das Wasser da ein bisschen besser gefiltert, als jetzt im Stadtparksee. Ich weiß ja nicht. Aber ansonsten waren wir immer im Kaifu-Freibad und ich war schon immer eine Person, auch wenn ich mit den Jungs da irgendwie war, ich habe schon immer, ich habe immer dafür gesorgt. Es waren Jungs dabei, die hätten sich auf die erste freie Fläche gesetzt und teilweise auch direkt neben andere. Also das war denen scheißegal. Einfach Tasche, Rucksack fallen lassen, noch nicht mal Handtuch ausbreiten und ins Wasser und dann irgendwie zurückkommen. Bei mir, es war für mich immer wichtig, wo zu liegen, wo der Rasen sauber ist, wo keine Stöcker liegen, eventuell auch hoch, also in Kaifu geht die Wiese so hoch, dass dann später da auch Schatten hinkommt. Also ich habe immer geguckt, dass man der Platz bei so einer, auch am Strand kann man ja jetzt das vergleichen, der Platz am Strand oder wie gesagt im Freibad, die Liegefläche, auch im Park, war für mich immer extrem wichtig. Extrem wichtig, genau, weil ich bin ja genau letztens ins Freibad gegangen. Auch da, da gab es ganz kurz, weil es ist ein sehr geiles Detail, dann gab es im Kaifu immer ein Fußbecken, womit du durch... Der Stopp, das will ich dir sagen. Ich komme in das Bad rein und dann ist mir eine Erinnerung hochgekommen mit meiner Mutter, weil wir waren... Wofür eigentlich? Ach, damit man nicht die Erde ins... Tissi, lass mich jetzt ausreden. Ich war mit meiner Mutter sehr, sehr viel im Freibad, das ist, prägt meine Kindheit voll, entweder Aue oder Lofeldener, für die Leute, die es... Ja, die Leute lieben das. Und ich weiß noch genau, wie meine Mutter und ich nie, das habe ich natürlich dann von ihr auch adaptiert, ich hätte mir wahrscheinlich auch keine Gedanken gemacht, aber wir konnten es nie fassen, wenn eben man sich neben, direkt neben dieses Besagte, die besagte Dusche und dieses Fußbecken, wo man durchläuft, damit man dann vom Rasen keine Erde und sowas mit in die Pools, in den Schwimmbecken nimmt, wie man sich daneben direkt platzieren kann. Und ich bin in das Kinderbad gekommen, es ist wirklich überschaubar gewesen, relativ klein, ich verstehe schon, es war auch voll, aber da gab es wirklich Familien, die haben... Da hat das Handtuch quasi auch halb schon auf den Stein gelegen. Im Fußbecken. Im Fußbecken. Hat sich schon voll gesogen. Und ich dachte so, egal, also ich weiß nicht, was passieren müsste, es wäre mir so scheißegal, ich würde drei Kilometer laufen mit meinem Kind, bis ich zum Pool komme, aber das wäre der letzte Platz, den ich machen könnte, weil ich das so auch dieses, weil der Rasen ist ja dann auch matschig, das ist mein absoluter Untergang. Matt, du hast auch mit dem Rasen, hast du auch voll den Punkt getroffen, ich habe dann fünfmal, da habe ich einen Kreis gedreht, weil immer irgendwas beim Rasen war, was mir nicht gefallen hat, also auch unabhängig mal von Dreck, wenn da zum Beispiel eine zu erdigere Liege, wenn es zu abgelegen ist, wenn es zu kahl ist, wenn es zu viel Rasen ist, also es muss wirklich perfekt sein, also wenn ich da schon Pfirsichkern sehe oder sowas, bin ich ja schon raus, das kann ich gar nicht abhaben. Im Äquivalent ist ja auch ein bisschen, erzähl noch weiter. Und da habe ich wirklich gedacht, es ist so krass, ich möchte auch schatten, aber ich kann nicht zu sehr unterm Baum, ich ekele mich dann auch immer schon sehr, wenn es zu doll im Busch ist, wenn es dann zu kahl ist, dass es zu hart ist. Unser Sohn wird eine Macke haben. Der ist ja krank, der wird sagen, Mama, ich will einfach nur ins Becken. Und der wird dann, entweder er wird genauso oder er wird genau einer, der sich dann irgendwo hinpflanzt, weil er sagt, ich mache genau das Gegenteil, was meine Eltern immer gemacht haben. Aber ich bewundere das zum Beispiel voll, das will ich mir auch voll annehmen, ich habe dann eine Mutter gesehen, die war so mit ihrem, ich glaube, der war so acht oder sowas und die hat wirklich, die war dann mit ihrem Laptop, ich habe gesehen, die hat gearbeitet und original hatten die ein Handtuch dabei und sie hatte ihren Laptop dabei und die wusste ganz ehrlich, mein Kind ist jetzt, der war groß genug, dass der eh nur im Wasser ist, ist mir egal, ich mache hier mein Office im Prinzip, Homeoffice oder Pooloffice, wie sagt mein Freibad-Office. Und der kommt und geht, der hat dann sich mal eine Brezel reingedrückt und das fand ich so cool, weil trotzdem die Aktivität stattgefunden hat, die keinen Aufriss gemacht hat mit zehn Taschen und irgendwie hier und da. Ich meine, gut, das, wie gesagt, war auch ein selbstständigeres Kind. Aber das fand ich so toll, dass man aber auch so locker mal ins Freibad gehen kann. Und dass man nicht diesen Aufriss immer hat und so. Aber naja, ich stand da auf jeden Fall und fand das so interessant, weil ich finde, das sagt, auch wie in einem Restaurant, was wir schon mal besprochen haben, so viel darüber aus, wo sich die Leute hinlegen und wie egal denen das auch ist. Stimmt, äquivalent Tishauswahl im Restaurant. Ja, da gab es dann auch so Toiletten und da gibt es ja immer beim Freibad die Umkleidekabinen, die ich auch phänomenal finde, weil wer nutzt das? Aber es nutzen ja Leute. Umkleidekabinen im Freibad und Duschen im Freibad habe ich zum Beispiel nie genutzt. Wir haben immer dann zu Hause geduscht. Ja, aber um sich dann, um sich den nassen Bikini auszuziehen. Ja, ja, voll, aber ich weiß, dass... Du hast ihn trocknen lassen. Ja, oder ich habe mich unterm Handtuch umgezogen. Ah, ja, ja, okay. Finde ich auch super interessant. Äquivalent, das haben wir jetzt auf Mallorca, wie gesagt, ich habe mit meinem besten Freund auch, ey, bis wir uns hingesetzt haben, ne, das war auch an einem Sonntag, die ganze Spanier waren da, was ja auch richtig ist und dann haben wir da bestimmt im heißen Sand irgendwie zehn Minuten lang gesucht und dann so das Äquivalent dazu ist dann, manche Leute, das Erste, was sie machen, ist ja, haben wir gerade gesagt, Taschen und Handtücher fahren, egal, ob sie direkt neben einem liegen und dann, das finde ich am Strand auch Wahnsinn, es gibt manche, die liegen erste Reihe. Teilweise schon im Wasser mit den Füßen und wenn dann mal eine Welle kommt, wird auch alles nass, aber, und das ist ja dann auch die Logik oft, die Logik, der Wunsch ist ja, nicht lange zum Wasser gehen zu müssen. Und das ist ja im Freibad, glaube ich, auch die Logik. Glaube ich auch. Die ist dann, das Fußbecken ist egal, denen geht es nur darum, schnell am Pool zu sein, muss ja. Also ich lag im Endeffekt wirklich an der letztmöglichsten Ecke und eine witzige Situation, ich weiß nicht, ob das hier nicht üblich ist, als ich dann ins Wasser gegangen bin, 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 mit dem Baby, weil ich ja alleine war, habe ich gedacht, ich will meine Tasche jetzt nicht hier alleine lassen. Und da waren super viele Familien, weil es ein Kinderbad ist. Also habe ich meine Tasche gepackt, habe die so zugemacht und habe halt eine Familie gefragt, ob die die Tasche kurz, habt ihr den quasi hingebracht. Die fanden das richtig witzig, dass ich das gemacht habe. Ja? Ja? Ist so, ey, ich habe wirklich in dem Moment, es war mir dann scheißegal, so, aber ich habe an der Reaktion gemerkt, die fanden das so befremdlich, vielleicht war es jetzt wirklich auch nur die Familie. Haben die so ein bisschen gedacht, was soll denn da drin sein? War so der Weib? Ja, so ein bisschen so, okay, Mama, wenn du, ja, es war so, nicht, was soll denn da drin sein, es war eher so, dass ich halt so vorsichtig bin. Ja, und vor allem, man will ja, wenn da ein Handy drin ist, reicht das ja schon, dass man keinen Bock hat, dass das geklaut wird. Aber die fanden das witzig. Das finde ich ja Wahnsinn. Ja, das finde ich Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob es daran lag, weil es ein Kinderbad ist, weißt du, weil man die sich so denkt. Ja, und natürlich wird ein bisschen, herrscht natürlich schon ein bisschen Sicherheit, wenn mit eintritt und da müsste ja jemand gezielt reinkommen, schon fast ohne Kind und jetzt sagen, ich klaue hier jetzt was. Ja, aber im Freibädern wird doch voll oft was geklaut, auch mit Eintritt, klar. Das ist ja der Klassiker, dass man sagt, oh, ich mache das unter das Handtuch. Ja, aber das war ja ein Kinderfreibad. Ja, vielleicht liegt es daran, aber ich wollte gerade sagen, auch mit allen anderen Freibädern, wo ein Eintritt ist, wird ja trotzdem mega viel geklaut. Ja, stimmt. Da braucht ja einer nur ganz kurz mal die Tasche nehmen und dann abhauen. Finde ich aber eh witzig. Neulich hat mich mal jemand gefragt, ob ich auf seinem Fahrrad aufpassen will und wir haben das so mit Blickkontakten fast gemacht und da denke ich so, das würde ich gerne noch viel öfter anbieten. Ich finde das gar nicht schlimm. Ich habe unser Kind schon super oft draußen stehen lassen. Unser Kind? Ja, mit und mit anderen. Wann hast du denn unser Kind draußen stehen lassen? Wenn ich in den Dings, kleinen Markt gehe. Ist ja voll nah. Wenn da eine Mutter steht, wenn ich mit dem Wagen war, habe ich ganz oft gesagt. Ach so, ich dachte, du hast den irgendjemandem auch in die Hand gedrückt. Nein, aber gut, als ich auf Reise war auch, aber ich finde das voll okay. Ich finde das auch okay. Das macht man auch so. Das Einzige ist nur, wenn man so das Gefühl hat, ah, das könnte jetzt länger dauern. Nee, dann nicht. Und wenn man keinen Blickkontakt hat, so ein bisschen. Aber das macht man mit dem Hund auch so ein bisschen. Wir haben noch ein weiteres, kleineres. Das geht doch noch schnell. Weil du hast, du warst bei der Massage. Ach so, ja, aber welche Umfrage wollen wir das mit dem Freibad machen, mit der Umfrage? Ja, oh mein Gott. Oder am Strand. Also ich bin zum Beispiel am, ja. Ist ja auch witzig, wie sich die Leute selber einschätzen. Genau, aber vielleicht Randliga und, Randliga, Randgebiet? Randliga und Privatsphäre? Ja. Oder versus? Mitten im Geschehen. Mittendrin und schnell im Wasser. Ja, lass uns ruhig mittendrin, weil zum Beispiel im Auebad war es auch so, dass die Plätze um das Beachvolleyballfeld war tatsächlich auch, da wurde immer geguckt, weißt du? Wie geguckt. Das war so, da haben die Jugendlichen, die coolen, die, ne, dass man Beachvolleyball hatte, dass man da so gucken konnte. Stimmt, ich finde aber, das beeinflusst das Ganze auch ein bisschen. Ich finde, bei mir ist es zumindest immer so, ich gucke schon automatisch, dass man irgendwie mit Gleichaltrigen liegt. Genau, ja. Und bei Beachvolleyball, also damals war es so, glaube ich, war es schon so, dass da so die coolen, so ein bisschen auch, da wird Beachvolleyball gespielt. Also man hatte schon Privatsphäre, aber da ging was. In Kaifu lagen auch immer voll viele direkt, wo man mit seiner Pommes und so rauskam. Nee, geht gar nicht. Ey, da stolpern die alle, da fällt gefühlt noch die Pommes-Mayo auf deine Decke. Ja, ist so, ist ja wirklich so. Und man kriegt ja auch die ganze Zeit Hunger, weil du kriegst die ganze Zeit Futter, du hast so Futterleid. Ja, aber eine Pommes im Freibad ist einfach eine 10 von 10. Das ist die beste, ne? Und der Ketchup und die Mayo schmeckt einfach ganz anders. Ja, das stimmt. Würdest du jetzt eine Pommes essen? 100%. Ich war ja heute auch zum ersten Mal laufen. Ja, wie war das? Mega schön. Nach anderthalb Jahren. Nach anderthalb Jahren war toll. War mega. Gefühl von Freiheit? Ja, es war auch super anstrengend, aber, boah nee, Laufen ist echt geil. Ja, ich habe ja so eine Hassliebe. Ja, es war super anstrengend, aber es ist einfach eine Art von Sport, die so körperlich auch, ich meine, wenn ich Yoga mache, habe ich auch das Gefühl, dass sie meinen Kopf frei macht und dass es irgendwie im Kopf auch was shiftet, aber habe halt eine andere Bewegung und beim Laufen, du. So dieser Weg, der auch zurückgelegt wird. Ja, und du siehst so ein bisschen, du bewegst dich einfach. Ich glaube, es gibt wenig Sportarten, wo du so sehr merkst, wie du dich bewegst, wie beim Laufen. Ja, das stimmt. Meine andere, oh mein Gott, ich musste so lachen innerlich, weil das hat mich in mein Leben lang begleitet. Damit bist du auch nicht allein, wette ich mit dir. Glaube ich auch, so. Ich war bei der Massage, wir haben eine super Thai-Massage gefunden und ich bin ja nicht so der Massagetyp und vielleicht liegt es auch so ein bisschen an dem Fakt, dass, und jetzt passt auf, ich voll oft ziemlich unbequem auf der Massage-Liege liege. Was daran liegt, dass, wenn ich mich einmal hingelegt habe, ich mich nicht mehr traue, mich umzupositionieren beziehungsweise zu bewegen. Ja, das ist Wahnsinn. Also, was ist passiert? Bei meiner letzten Massage hatte ich so ein, wo man den Kopf dann reinlegt und das ist ja eine Thai-Massage, da liegt man eh so ein bisschen auf dem... Flach. Flach. Und ich weiß nicht, ich hatte zum Beispiel beim ersten Mal, hatte ich das gar nicht, da lag ich so mit meiner Backe auf dem... Ich liege immer mit der Backe. Ja, Tissi. Hattest du ein Kopfteil? Ich hatte ein Kopfteil. Warum das denn? Keine Ahnung. Und dieses Kopfteil war ein bisschen, sag ich mal, selbst gebaut, was zur Folge hatte, dass unter dem Kopfteil noch ein Holzrahmen war, wo das Kopfteil herauflag. Ja. Dann habe ich mich, wie ich mich draufgelegt habe, das anscheinend ein bisschen verrückt, sodass meine linke Backe auf dem Holz lag. Nein. Doch. Und du hast nichts gemacht. Und ich habe mich nicht getraut, meinen Kopf nochmal anzuheben, weil sie schon halb auf mir war und schon losgelegt hat. Und die drückt ja richtig. Ja, richtig. Und weil sie schon am Machen war, an meinem oberen Rücken und am Nacken, habe ich mir so gedacht, krass, wenn ich... Und das ist aber immer so. Wenn ich jetzt diesen Move mache mit meinem Kopf nochmal und ich mal muss... Gibst du ihr das Signal, dass sie was falsch gemacht hat. Genau. Ja, ich weiß. Und das fände ich so fatal, dass ich es lieber, dass ich lieber eine Holzkante in meinem Gesicht spüre, 60 Minuten lang, als auch nur den Ansatz davon zu machen, mich irgendwie umzulegen. Weil ich habe, ich weiß nicht, warum ich mich schäme. Ich schäme mich. Ich möchte das nicht. Ich möchte niemandem in so einer Situation das Gefühl geben. Das Gefühl geben, die Dienstleistung wird nicht gut ausgeführt. Und ich finde das so witzig. Da würde ich echt mal gerne wissen, ob das nur mir so geht, ob ihr... Weil die fragen ja auch ganz oft... Ich sage nie, wenn ich mich irgendwo hinsetze, ich liege unbequem. Auch nicht beim Friseur. Ich habe das Gefühl, mein Nacken bricht durch. Ich würde niemals sagen... Oder beim Friseur, ist die Wassertemperatur so gut? Immer, immer perfekt. 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 Ey, weißt du, ich denke, es ist zu heiß, es ist zu kalt. Immer denke ich, es ist eigentlich nicht okay. Ich habe noch nie, original noch nie gesagt, mach ein bisschen kälter. Nee, ich auch nicht. Und ganz oft war es aber zu heiß. Aber es war zu heiß. Wo ich so denke, gerade bei den Haaren, da schließt sich ja auch das... Die können die ruhig kalt. Das stört mich nicht. Das ist auch gut für die Durchblutung. Außer, da wir die Umfrage schon vergeben haben, schreib das mal in mir, schreib das als Kommentar. Man kann die Folge ja kommentieren. Das würde mich interessieren. Mega, oder? Das ist mega. Also generell auch dieses beim Friseur, beim... Ja, das ist ja, das sagt auch wieder viel über den Charakter aus. Einfach, wenn man eine Dienstleistung erhält, will man nicht noch das Gefühl vermitteln, hier passt irgendwas nicht. Richtig. Und witzigerweise, wenn ich dann mal was sage, das hatte ich jetzt zum Beispiel in der Sauna, wo ja die Sauna, die Aufgusssauna, die eigentlich der Kern dieses Saunabads war, defekt war, wo ich dann gesagt habe, die Sauna, die jetzt noch funktioniert, reicht nicht, um einen Aufguss zu machen. Da bin ich ja, habe ich ja gar keinen Anklang gefunden. Ja. Wo ich so denke... Und dann muss man das auch so komisch dann ansprechen. So wirklich, wir haben ja ein Problem. Nee, ich habe gesagt, du, der Aufguss ist einfach nicht so gut wie in der anderen Sauna. Da hat er gesagt, ja, wir können nichts machen. Habe ich gesagt, gut. Tschüss. Hast du recht. Hast du recht. 1 zu 0. Er kann nichts machen. Na gut. Aber das finde ich dann so witzig, dass man so bei manchen Sachen, wo wahrscheinlich die Masseurin, die wäre ja glücklich, die will ja, dass ich bequem liege. Ich weiß. Die denkt sich so, Mädel, ist doch scheißegal, ich rücke das auch nochmal richtig. Aber wenn mein Kopf in diesem Kopfteil liegt, ich kann nicht, es geht nicht. Ich mache manchmal so in den Pausen, dann verrücke ich mich. Weißt du, also wenn sie so weg, oder wenn du was sagst, so jetzt umdrehen. Ja, umdrehen, das war perfekt. Da habe ich gedacht, Gott sei Dank, Gott sei Dank umdrehen. Ich weiß. Aber was die auch schon alles erlebt haben, also da ist sich kurz zu sagen, aber warte, ich muss hier was. Ich hatte jetzt letztens, das finde ich auch Wahnsinn, das finde ich auch ein super Thema, vielleicht beim Sportkurs. Und es kann nicht immer jeder die Lehrerin sehen. Oh, das ist auch super. Das ist ein super Thema. Also letzte Zeit, weil wir auch so viele neue Sachen erleben. Ja, Gott sei Dank, das ist mega. Und auch. Ach, wie mutig. Leute, aber auch wieder zum Thema, wo positioniert man sich? Wo positioniert ihr euch in einem Kursraum? Ich bin ganz, ich bin manchmal, bin ich voll gerne vorne. Ich bin ein Randsport, ja. Und ich bin auch ein Randsport. Ich liebe es, am Rand zu sein. Am liebsten zweite Reihe Rand. Mein Untergang wäre es vor niemandem, hinter jemandem, links jemandem, also mittendrin. Ich brauche eine Wand, wo niemand ist, das wäre perfekt. Und ich habe auch grundsätzlich kein Problem, vorne zu liegen. Eigentlich sogar am besten. Eigentlich am besten, weil ich habe wirklich die letzten Male gemerkt, da habe ich dritte Reihe gelegen, weil ich echt immer auf die letzte Minute komme. Boah, man sieht schon echt wenig, ne? Okay, aber dann denke ich mir so, Melissa, dann komm einfach früher, so wenn du was sehen willst, so ein bisschen. Ich war auf jeden Fall bei einem Sportkurs letztens und das war ein bisschen tricky, weil man das mit so Ballettstangen macht und die Ballettstangen stehen dann mitten im Kursraum und man steht sich gegenüber und einfach die Konstruktion von diesem Kurs ist einfach so, dass es kann nicht jeder den Lehrer sehen, weil es nicht in einer Reihe und alle schauen nach vorne, sondern es ist ein bisschen kreuz und quer. Und plötzlich, wir haben schon angefangen, es war eigentlich alles entspannt, dachte ich, stand dann halt da jemand und hat wirklich gesagt, es war dann kurz ruhig. Mach es mal nach. Auf Englisch oder Deutsch? Auf Deutsch. Und man hat schon gemerkt, wie die so nervös wurde und man hat schon gemerkt, okay, die will jetzt was sagen und dann sagt sie so, sorry, aber ich kann so einfach überhaupt nichts sehen und schon so reingegangen und die Lehrerin war so, sorry, also was meinst du, ich glaube nicht, dass das Sinn macht, dass ich mit dem Rücken zu ihnen stehe. Ja. Und dann meinte sie so, okay, gut, dann, die war irritiert, weil sie dachte sich so, hä? Weil ihr müsst euch halt vorstellen, nicht nur sie stand mit dem Rücken, sondern es gab vier Stangen, auch vier Reihen standen ja irgendwie mit dem Rücken zu und dann war ja dann direkt neben ihr auch jemand und dann haben alle, keiner hat was gesagt, ich habe auch gedacht, du brauchst jetzt nicht so zu viel Aufmerksamkeit, aber die Person, die es gesagt hat, die war schon, war jetzt nicht so, dass sie zu ihr gegangen ist und hat gesagt, sorry, ich brauche ein bisschen Hilfe, ich muss sie sehen, vielleicht kann ich mich irgendwo hinstellen, wo ich dich mehr sehe, sondern es war so, ich glaube, das macht hier hier absolut keinen Sinn, wie die Stangen aufgestellt sind und dann meinte halt die Lehrerin, okay, dann stelle ich mich jetzt, stelle ich mich jetzt hier hin oder, ne, und dann wurde halt die neben ihr stand so ein bisschen mit einbezogen und dann meinte sie so, ist egal, ich gucke einfach bei jemand anderem ab und dann meinte die Lehrerin so, ja, normalerweise ist das auch so ein bisschen so, man guckt dann einfach bei jemand anderem ab, so ist das ja, wenn man die Lehrerin nicht sieht, ne, also, aber okay, hat sie gesagt, okay, dann komm mal her, dann stelle ich mich jetzt und wo ich so denke, dann hat sich die Lehrerin so hingestellt, dass sie die sehen konnte, aber dafür haben dann drei andere wiederum das dann, wo man sagt, es verlieren immer welche und. Es geht nur jetzt darum, wer hat das größte Ego und wer kommuniziert das. Das fand ich dann so krass, weil ich mir so dachte, also du brauchst jetzt nicht genervt sein. Und wie oft, wenn ich in Kursen war, hab ich einfach links und rechts geguckt, was die anderen machen. Mein Gott, genau, und wenn man es einfach besser sehen will, dann muss man einfach ein bisschen früh, oder muss man einfach sich dann irgendwie umpositionieren. Und muss aber dazu sagen, die Lehrerin hat es dann auch gecheckt, dass das irgendwie nicht ganz cool war und hat dann original nett, aber schon, dass man gemerkt hat, also sie hat dann halt jedes Mal gefragt, hat sie halt gefragt, siehst du mich? Ah, geil. Hat sie gesagt, do you see me? Weil wir haben uns dann auch nochmal auf Matten gelegt, wo dann alle nach vorne geschaut haben und die hat relativ weit hinten dann auch gelegt und dann ist sie nochmal hoch und hat sie einguckt, die so, is it okay, you see me? Ja, geil. Ja, finde ich dann auch, weil sie, es war nicht richtig. Ach, ist immer, wirklich, das ist so wichtig auch für mich im Umgang mit Menschen, die etwas, egal ob etwas, haben wir ja neulich auch schon mal gesagt, egal ob jemand was vormacht, egal ob jemand eine Präsentation hält. Und es war eine Vertretung, die war sowieso ein bisschen dann vor uns. Ja, immer maximaler Respekt und immer sich selber unterzuordnen. Ey, ob du nun den genauen, ob du die ganze Person siehst, du bist mit 30 anderen Leuten im Kursraum und da muss man sich auch selbst immer fragen, glaubst du nur, dir geht es so, so weißt du, du bist hier nicht, so ein bisschen, du bist hier nicht alleine auf der Welt, so und das ist ja, das ist im Straßenverkehr genauso, die guckt auch nach 0,01 Sekunden, weil sie denkt, hä, fahr doch. Ich weiß, ja. Weißt du, wo man so denkt, der davor kann auch nicht fahren. Aber es ist ja genauso, wenn Leute nervös werden in einer Warteschlange, wo man sagt, wir warten alle. Ich weiß, wir warten alle. Und ob ich genau an der Person am Hinterkopf klebe oder einen halben Meter Abstand halte. Wir werden alle in diesem Flugzeug sitzen. Ja, ja, das ist Wahnsinn. So. Das sind auch richtig gute Themen. Ja, ich weiß. Melissa, wir kommen zum Thema der heutigen Folge. Boah, ich fliege, ey. Du fliege. Ich fliege. Und bevor wir dazu kommen, kommen wir zu einem weiteren Partner der heutigen Episode. Und zwar ist das Taxfix. So ziemlich der Lieblingspartner von euch. Er hat uns die letzten Wochen schon begleitet. Wir haben wieder viel positives Feedback von euch bekommen. Für alle, die Taxfix noch nicht kennen, Taxfix macht die Steuererklärung einfach und stressfrei. Per App oder Computer. Kinderleicht, ohne Vorkenntnisse, dank verständlicher Fragen. Zählten steuerliche Thematiken für euch auch immer zu einer komplizierten und einem eher undurchsichtigen Feld? Also ich kann für mich sprechen, für mich auf jeden Fall. Nein, ich hatte auch immer wirklich Angst, dass ich was falsch mache. Die Steuerfrist fällt dieses Jahr auf den 2. September direkt nach Fußball-EM, Olympia und Urlaub. Man will sich die Zeit eigentlich jetzt nicht ewig mit den Steuerunterlagen herumschlagen. Es zieht sich auch echt. Und mit Taxfix macht ihr eure Steuererklärung einfach, stressfrei und ohne Angst, dass ihr nur Bahnhof versteht. Ihr könnt die Steuer anhand einfacher Fragen selber machen oder den Experten-Service nutzen, bei dem ein unabhängiger Steuerberater alles für euch erledigt, ganz ohne Dateneingabe. Das Ganze lohnt sich. Im Schnitt bekommt ihr um die 1.000 Euro zurück, die man auf jeden Fall nicht liegen lassen sollte. Mit dem Code 30er24, also 30er ausgeschrieben und dann 24, bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf die erste Steuererklärung mit Taxfix. Und der Code ist gültig bis zum 2. September 2024. Vielen Dank an Taxfix und Werbung. Ende. Und wir sind wieder zurück. Melissa, um was geht es heute? Das Thema ist Betrogen mit Arbeitskollegen, Fragezeichen. Okay, die Hörerin ist sich also nicht sicher. Ich bin gespannt. Nimm uns mal mit auf eine Reise ins Corporate Life, Melissa. In die Firma. In die Weihnachtsfeiern. In die Weihnachtsfeiern, die bald wieder anstehen. Und die Offsides. Und die Offsides, ja. Ich will eigentlich mal fragen, wie das Offside war von Just Sugar. Ja, das hängt gar nicht gut. Oh, die sollen mal Details uns senden. Ich würde so gerne drüber reden. Okay. Wir können ja auch einen Offside machen. Wir beide? Ich kenne jetzt einen Podcast, die sind zu zweit, die haben jetzt neulich einen Offside gemacht. Allerdings waren die in Zelle. In Niedersachsen. Ja? Ja. Du mit deinem Bundesländer. Ich kenne direkt eine Person, die aus der Zelle kommt. Ja, ich auch. Habe ich mir zusammen studiert. Okay. Okay. Hey Melli, hey Flo. Ich habe sehr lange überlegt, ob ich diese Mail schreiben soll. Ich liebe euren Podcast und finde, dass eure Meinung und Ratschläge zu Hörerthemen ganz auf den Nagel auf den Kopf treffen. Auch eine geile Formulierung. Nagel auf den Kopf. Nagel auf den Kopf. Ist das richtig? Ist das Hammer? Nee. Nee. Ist das richtig? Doch, Nagel auf den Kopf. Aus diesem Grund habe ich aber besonders Respekt, was ihr zu meiner Geschichte sagt. Details sind schon abgeändert. Ich bin vor zwei Jahren mit meinem Freund zusammengekommen. Wir sind beide Anfang 30 und wohnen zusammen. Er war zwar für unsere Beziehung überhaupt kein Beziehungstyp und hatte eher beim Feiern öfter etwas Unverbindliches mit verschiedenen Frauen. Aber seitdem das mit uns begonnen hat, hat er sich dahingehend komplett verändert. Dachte ich zumindest. Um es kurz und knapp zu sagen. Seit einiger Zeit habe ich die starke Vermutung, dass er mich betrügt. Es hat damit begonnen, dass er sein Handy kaum noch unbeobachtet lässt. Obwohl ich nicht mal seinen Code kenne und er mir ihn auch nicht sagen möchte, merke ich, wie er nervös wird, wenn ich doch mal sein Handy nutze, um uns zum Beispiel Musik bei Autofahrten anzumachen. Bei solchen Gelegenheiten ist es schon ein paar Mal passiert, dass Nachrichten von seiner Arbeitskollegin reinkamen. Ey, da muss ich ganz kurz zwischengrätschen. Das finde ich, das ist neulich auch, als ich im Urlaub war, das finde ich sowieso so geil, wenn man mit Leuten schreibt und das ist mit Apple Carplay verbunden, dass du ja mit den Leuten, die mit dir im Auto sitzen, alles oben dann lesen können. Ja, tatsächlich würde ich Notifications ausmachen, wenn ich betrügen würde. Ist das dann im Auto auch aus? Ja, ich denke, wenn du die Mitteilung von der Mitteilungszentrale, wie es runterploppt, dann müsste es auch aus sein. Ja, okay, stimmt. Den Inhalt konnte ich aber nie sehen. Ja, den musst du komplett ausschicken. Denn sie schicken sich hauptsächlich Nachrichten und Bilder über Snapchat. Praktisch für ihn, dass die Nachrichten dort nur einmal ansehbar sind. Oh nee, jetzt hab ich auch. Ich wollte am Anfang, wollte ich nicht direkt, aber jetzt hab ich grad nicht ein gutes Gefühl. Oder wieso sollte man sonst mit einer Arbeitskollegin hauptsächlich über Snapchat Kontakt haben? Auf diese Frage konnte er ja auch nicht antworten, beziehungsweise hat super ausweichend reagiert, mehrfach direkt das Thema gewechselt und mich als übertrieben eifersüchtig dargestellt. Oh Gott, oh nee, oh nee. Der Klassiker. Aber das eigentlich Schlimme kommt erst noch. Nachdem ich sowieso schon unsicher... Ich finde auch Stand jetzt reicht es noch nicht. Sass, aber ich würde es nicht sagen. Nee, es reicht. Ich hab schon ein schlechtes Gefühl. Okay, mach weiter. Der nervt mich schon. Mach weiter. Der nervt mich schon mit seiner Scheißart. Nachdem ich sowieso schon unsicher war, als ich gesehen habe, wie viel Kontakt er mit seiner Kollegin über Snapchat hat, gab es einen Moment, der mich, wenn ich nur darüber nachdenke, wirklich anekelt. Ich habe ihn dabei erwischt, wie er... Willst du den Satz verändern? Ich muss mit Melli. Wie er... Weißt du, hast du das schon gelesen? Nein. Wie er ein... Ich weiß nicht. Dick-Pick gemacht hat. Nein, nein, nein. Und per Snapchat verschickt hat. Nein. Ja, das ist ja schon glasklar dann. Ja, wie war das denn sonst geschickt, wenn ich ihr... Wobei, erwischt dich ganz stimmt, denn er weiß nicht, dass ich es gesehen habe. Oh Gott. Dass es wirklich an seine Kollegin ging, ist nur eine Vermutung. Aber zumindest klar, er hat es gemacht und über Snapchat verschickt. Ja, wenn du es nicht bekommen hast, dann ist es eigentlich scheißegal, wer es bekommen hat. Das kann man seine Jungs gesehen haben. Oh mein Schwanz. Das Ganze... Pro dick, wie du sagen würdest. Pro dick. Das Ganze ist jetzt zwei Tage her und hat mich so sehr geschockt. Oh, ist fresh. Dass ich ihn bisher noch nicht darauf angesprechen konnte. Ich bin einfach fassungslos und hätte vor ein paar Monaten noch niemals gedacht, dass er mich betrügen könnte. Aber was soll das sonst sein? Wieso macht er für jemanden solche Bilder? Ich bin einfach überfordert, wie ich jetzt mit der Situation umgehen soll. Wenn ich ihn darauf anspreche, weiß ich, dass er es verneint und irgendeine Ausrede parat haben wird. Im Endeffekt bin ich dann die eifersüchtige Freundin. So war es immer auch bei anderen Situationen rund um seine Arbeitskollegin, die jetzt hier zu weit führen würde. Aber ich kann doch auch nicht nichts tun, oder? Ich liebe ihn und möchte die Beziehung nicht einfach so aufgeben, ohne zu wissen, was wirklich passiert und ob er mich sicher betrügt. Aber seit Monaten, dieses ungute Gefühl macht mich einfach kaputt. Ich habe sogar schon überlegt, seine Kollegin bei Instagram anzuschreiben. Sie weiß auf jeden Fall, dass er eine Freundin hat und sie kann doch nicht so herzlos sein, dass es ihr vollkommen egal ist, wenn er mich wirklich so mit ihr betrügt, wie ich vermute. Oder ist das alles viel zu naiv von mir? Ich hoffe, meine Erklärung war nicht zu wirr. Es ist nämlich selbst in meinem Kopf noch super durcheinander. Ich bin gespannt auf eure Meinung, falls ihr meine Mail im Podcast besprecht. Ganz liebe Grüße. Ja, da habe ich so viel zu sagen. Oh Mann. Okay, was würdest du sagen? Soll ich erst sagen? Nein, ich kann direkt was zu sagen. Der Fakt, dass du ihn erwischt hast, wie er ein Dickpick macht und verschickt. Egal, was die da laufen haben. Irgendwas ist es ja, das geht schon zu weit. Und da bist du auch nicht die überall versüchtige Freundin, sondern da muss man mal ganz ehrlich sagen, ey Junge, du verschickst hier Schwanzbilder. Nein, ist ganz klar, der Gaslight, jetzt kann man das Wort glaube ich nutzen, der Gaslight ja. Er sagt ja ihr, oder er ist ein Narzisst, er sagt ihr, die ist die Kranke, du bist die Eifersüchtige, ich mache nicht. Das meinte ich ja vorhin mit diesem, der Klassiker, dass dann meistens in dem Fall tatsächlich Männer, gibt natürlich auch Frauen, aber meistens Männer, du bist die Übertreiberin. Das war ja eins zu eins meine Situation, als ich betrogen wurde, jetzt will ich natürlich nicht den Teufel an die Wand malen, aber meine Vorhergehensweise war ja damals folgende, mein Ex-Freund wollte ja auch nicht die Trennung, weshalb er mir ja gesagt hat, nein, ich bin ja die Verrückte, ich denke, also ich denke falsch, ich bin die Eifersüchtige, die falsch liegt, weil er ja vom Outcome her weiter mit mir zusammenbleiben wollte, aber sein Pro-Dick noch woanders reinstecken wollte. Das verstehe ich aber auch immer nicht. Was sind denn dann immer bei den Leuten diese Vorzüge? Die wollen den Komfort haben, eine Affäre zu haben. Nee, den Komfort einer Beziehung, aber trotzdem. Trotzdem Pro-Dick, weißt du. Ja. Und also mein, wie ich das gemacht habe damals. Ich war noch nicht fertig. Oder nee, erzähl erstmal, wie du das gemacht hast damals. Ich wusste, ich brauche nur den Beweis, damit ich einfach, also im Endeffekt reicht es auch, weil man ein ungutes Gefühl hat und eigentlich wusste ich schon, dass die Beziehung eh dann zum Scheitern verurteilt war. Aber ich brauchte für mich persönlich nochmal den Beweis schwarz auf weiß und wusste aber, und ich habe letztendlich ins Handy geschaut und wusste aber, bevor ich jetzt reinschaue, werde ich mich so oder so trennen. Weil das ist jetzt schon alles so den Bach runtergelaufen ist, schon zu spät, dass ich jetzt ans Handy gucken muss und so ein bisschen auch für ihn nochmal, ihm sagen muss, du, ich weiß es, das war es jetzt an dieser Stelle. Aber ich habe mir das eh schon geschworen, dass das dann durch ist. Ja, das ist auch eine gute Herangehensweise. Weißt du, dass ich sage, eigentlich ist es egal, was ich jetzt finde. Ich nehme mir das auch so vor und dann findet man aber nicht. Also ich muss jetzt Schluss machen. Die Beziehung ist trotzdem komisch. Ich habe mir das vorgenommen, aber ich habe nichts gefunden. Also du hast mich nicht betrunken, aber ich bin trotzdem. Also ich war am Anfang der Mail, war ich noch so ein bisschen ein Arbeitsflirt. Man versteht sich gut. Dann ganz oft bei so Jobs ist man dann ja auch in irgendwelchen Gruppen. Dann war aber so die S-Red Flag schon tatsächlich, dass es so, ich formuliere es jetzt mal, dass die Nachrichten oder die Bilder halt direkt wieder verschwinden. Das ist immer schon super. So schreibt doch bei WhatsApp. Wenn es ein normales Gespräch ist. Ja, oder chattet ganz normal. Aber ja, das Dickpick ist dann schon zu viel zu weit. Und das ist, wo man so denkt, und sie hat es ja auch gesagt, angeekelt. Sorry, also das macht man nicht. Das ist einfach respektlos. Aber wie spielt sie es jetzt? Also ich fand meine, gut, sie hat den Code nicht, ne? Aber sie hat ja den Beweis, dass sie gesehen hat, wie er zumindest das Foto macht. Aber er wird dann sagen, dass er das nicht gemacht hat. Dass es wie nicht gemacht hat. Dass er das nicht stimmt, dass er das einfach so gemacht hat, dass, keine Ahnung, dass, wirklich. Das ist gut aussah in dem Moment. Das ist gut aussah. Das ist gut aussah. Das ist gut aussah. Ich wollte einfach meinen Schwanz auf dem Foto haben und ausdrucken. Nee, es wird schwierig so, sich jemanden von jemandem zu trennen. Ich finde es, ehrlich gesagt, da die Frau mit ins Boot zu holen, das würde so ein Fass aufmachen. Und das wäre dann alles noch, also das ist aber nicht meine Art. Genau. Ich finde es trotzdem voll in Ordnung. Ich finde das ja manchmal, ich denke ganz oft, ganz oft, wenn ich auch eure Hörermails lese, ich denke ganz oft, das ist ja eigentlich der Weg. Und du, bei Melli ist es tatsächlich oft so, dass du sagst, ich will das Fass nicht aufmachen. Nee, das ist meine Eins-zu-eins-Angelegenheit, weil ich nicht so ein bisschen darauf, ich würde nicht darauf, wie sie sich gerade verlässt, auf ihre, das kann sie doch nicht tun, wir sind doch, weißt du? Ich finde hingegen immer, eine dritte Person mit reinzuholen, die involviert ist, ganz oft fände ich das in meiner Vorstellung super hilfreich, weil ich so denken würde, ey, eigentlich, du hast doch eh nichts zu verlieren, ihr werdet weiterhin was miteinander haben. Und wenn du ein bisschen, ja keine Ahnung, Ehre und Stolz klingt jetzt so groß, aber, dass man sagt, ey, oder, guck mal, man kann das ja auch immer voll geil spielen, ne? Du kannst ja auch schreiben, nach dem Motto, ey, ganz kurz, ich bin Ditte des Freundin, ich weiß, dass ihr was miteinander habt. Tatsächlich würde, weißt du, was ich machen würde, was mein Style dann wäre? Jugo-Style. Jugo-Style wäre, ich würde die abfangen. Und ihr eine, nein, scheiße, ich würde sie abfangen. Ich will nicht sagen, sie kann nichts dafür, aber der Typ ist... Nein, 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 ist auch wirklich, das ist, weil mit dem Schreiben, da ist zu viel Raum zu überlegen, wie man reagiert. Okay, wenn, genau, wenn du es, ja, das ist jetzt gut, jetzt sind wir Detektive. Und ich würde ihr, nee, ich würde es nicht, ich würde sie anschauen, ich würde sie abfangen und würde sagen, du, und ich würde es ihr erklären und würde sagen... In real life abfangen. In real life und ich muss das Gesicht sehen, wo es unvorbereitet ist und wo einfach nur die Frage gestellt wird, dass man sagt, das ist eigentlich nicht meine Art, aber ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass... Wenn du es, genau, wenn du schwarz auf weiß haben willst und du nicht in sein Handy gucken kannst wegen irgendwelchen Codes, musst du es, glaube ich, natürlich nur, wie es... Und er es nicht zugeben will und du aber sie involvieren willst, dann würde ich das, damit ich es sehe. Ja. Das wäre, ich muss sehen, dann sag mir, nein, sag doch mal jemandem, nein, ich betrüge dich nicht mit deinem Freund. Ins Gesicht. Ja, ich weiß. Das wäre unvorbereitet, ist krass zu schwarz. Oder auch, je nachdem, ohne dass du natürlich, wie gesagt, guck, dass du da niemanden zu sehr in die Privatsphäre von anderen gehst, aber natürlich auch zu gucken, okay, wo arbeitet er? Es ist ziemlich sicher, dass wenn die da eine Affäre... Sie weiß doch, wer das ist, oder? Ja, ja, Arbeitskollegin. Ja. Es ist ziemlich sicher, wenn... Ja, ja, sie sieht ja auch Perceptor, sie sieht ja den Namen und alles. Es ist ziemlich sicher, wenn eine Affäre stattfindet in der Arbeitswelt, dass die Kolleginnen und Kollegen das natürlich mitbekommen. Und wenn es nur ein Flirt ist, dass jemand sagt, ja, ja, die sind immer... Also wenn du da vielleicht einen Angelpunkt hättest, das finde ich auch immer noch viel geiler, noch eine andere Person, die da viel mehr vielleicht involviert sein könnte, ey, weil da musst du auch erstmal für jemanden lügen, also du lügst für dich selber, ja, aber dass du dann für jemanden lügst, der eigentlich... Und auf der anderen Seite dieses Ganze, wir ergänzen uns hier gerade nur, auf der anderen Seite dieses Ganze, das beschäftigt mich so sehr, aber irgendwie will ich die Beziehung nicht aufgeben. Ey, wenn es euch schon so beschäftigt, wenn ihr so ein schlechtes Gefühl habt, wenn eure Partner Dickpics versenden, dann müsst ihr auch einfach mal den Stolz vor euch bewahren und einfach mal Schluss machen und zu sagen, dann sende Bilder, wen du willst, aber ich mach da nicht mehr mit. Und selbst wenn ihr dann sagt, das ist nicht, dann sagst du, weißt du was, aber so ein scheiß Gefühl, wie ich in letzter Zeit habe, jetzt auch ohne Beweise, das reicht mir schon. Das Gefühl, was du mir gibst und den Respekt, und das hast du gerade so gut gesagt, den will ich von mir bewahren und ich möchte nicht in so einer Beziehung sein, wo ich daran zweifle, weil du mir gibst mir nicht das Gefühl, dass das hier gerade safe ist und ich will einfach nur in einer safen Beziehung sein. Ja, und dann musst du, und für das müsstest du nicht mal irgendjemanden hinterher spielen. Ja, genau. Aber das waren jetzt nur Optionen, ne? Das ist ein bisschen Detektiv-Style. Ich finde, weißt du, das ist viel besser als Anschreiben. Wenn man die Möglichkeit hat und die hast du, wenn du weißt, wo die arbeiten und wenn sie dann nach Hause geht oder keine Ahnung was, und gar nicht, der geht mit meinem Freund, sondern auf eine menschliche Ebene, auf eine menschliche Art, weißt du? Ruhig emotional, dass man sich gegenüber tritt und sagt, ey, ganz kurz, ich bin gerade super fertig. Ich hatte das Gefühl, mein Freund betrügt mich seit einem Jahr. Mit dir. Mit dir. Und dann siehst du es im Gesicht. Du siehst es im Gesicht. Du siehst es im Gesicht. Egal, wie jemand lügen kann, das zieht man nicht durch. Genau, und selbst wenn es gut gedingst ist, selbst wenn sie gut reagiert. Oh nee, wenn die nicht damit rechnet, kriegst du das nicht aus dem Stegreif. Aber selbst wenn du hast emotional, also da kann ich mir nicht, da musst du schon echt ein großes Arschloch sein, dass du danach, dass das danach nichts mit der Affäre macht, wenn die eine Affäre haben. Wenn die Freundin einen angesprochen hat, dann das bringt etwas ins Rollen, weißt du? Ja, das stimmt. Wow, was eine richtig geile Folge. Ja, hat Spaß gemacht. Ey, ich hoffe nur ganz kurz, ich hoffe trotzdem, du kommst da irgendwie gut raus, mach dich nicht zu fertig. Aber halt uns auf dem Laufenden. Weil dann ist es auch nicht der richtige Typ. Also, das hat Spaß gemacht, Melissa, du hast geglänzt. Ich habe richtig gute Sachen gesagt, wieder einmal, aber du auch. Ihr Lieben, Merch-Shop ist noch diese Woche online. Shoppt auf 230er.de und wir hören uns nächsten Donnerstag. Wir haben immer noch kein Intro, Outro. Und wir sind raus. Das war's. Ciao. Ciao. Ciao.